Willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Origins, wir machen heute weiter mit der nächsten Quest, die da ist, der Menschenfresser. Ich bin jetzt einmal kurz geflüchtet, weil sein Flak ist in der Nähe, warte, 32. Ja, wir sind da mit 33, 34 sogar. Daher wäre es kein Problem, den zu töten. Aber wir haben nämlich noch zwei Werten. Oh, wir müssen... So, einmal weg. Oh, tschüss. Ich spinne von mir. Ich bin das Krokodil. Der Grund, warum ich das Boot genommen habe, ich fahre auch rübergezogen. geschwommen, aber... Ich wollte jetzt nicht unbedingt mit Krokodilen spielen. So, wir müssen kurz zu dem Typen darüber. Ich will nicht, dass du mit ihm spielst. Da wohnt der Menschenfresser. Willst du ihn? Moin. Senny, vergib mir. Ich konnte es nicht überhören. Sagtest du eben Menschenfresser? Ja, der Menschenfresser holt sich schon seit Monaten, die Leute von hier. Menschen werden vermisst. Wo ist der Philakitai davon? Die Philakitai sind nutzlos. Erst letzte Woche sind drei Fischer verschwunden. Das riecht ein starker Krokodil. Sie haben nichts getan. Wir wissen sowieso, wer es ist. Der verrückte Alte da hinten. Wir behalten ihn im Auge. Die Dinge sind oft nicht, wie sie scheinen. Ich sollte mit dem Menschenfresser reden. So. Er könnte von Sobek besessen sein. Dann nehmen wir mal den Kurzhand. So werden wir alle gleichzeitig voneinander miteinander reden. Wie gesagt, das riecht ganz stark nach Krokodil. Okay. Faulig und aufgedunsen und schwer zu identifizieren. Es kommt von Strom aufwärts. Das ist das reinste Schlachthaus hier. Alles, was in die Strömung gerät, wird hier angespült. Klar. Das ist ja das reinste Schlachthaus hier. So, jetzt muss ich gerade gucken. Das Menschenfleisch ist. In all meinen Jahren als Magi habe ich so etwas noch nicht gesehen. Es wird weiter Strom aufwärts angespült. Moin. Mein Freund, hast du kurz Zeit? Weißt du etwas über die vermissten Leute hier? Ich bin nicht dein Freund. Verschwinde von hier. Nö. So, jetzt wirst du mal gucken, wo wir lang müssen. Darüber. Du hast schon wieder irgendwas, weniger von dem Zeug, was du gerade genommen hast. Ich muss mal kurz mit dem Schiff. Ich sehe mich rechts hier schon mit der Krokodil. Wie gesagt, ich will eigentlich hier ungern schwimmen gehen. Aber hier. Mehr Leichenteile. Wo kommen die bloß alle her? Das frage ich mich auch gerade. Noch mehr Blut im Wasser. Es kommt aus dieser Höhle dort. Dann wollen wir es mal. Was geht da vor sich? Ich muss mal gerade durch. Ekelhaft. Hier schwimmen die Füße und alles rum und drein. Also irgendwas ist hier nicht ganz sauber. Ich habe es mir gedacht. Da ist doch Krokodil. Wo bin ich gelandet? Hallo? Wer ist da? Bitte, hilf mir! Oh, ich stehe im Feuer. Nein, ich bin nicht in der Scheiß Krokodil gestorben. Ich stelle nämlich im Feuer. Au! Mann! Scheiße, das war jetzt unnötig. Aber gut, ist das passiert. Hallo? Wer ist da? Bitte, hilf mir! Kissen und Luxus. Das sieht nach Sitzen für eine Art Theater aus. So. Ich bin jetzt getötet. Ich sehe nämlich nichts. Töte, tot. So. Jetzt. Kissen und Luxus. Das sieht nach Sitzen für eine Art Theater aus. Guter Wein und Erfrischung. Wer hier gesessen hat, wurde gut umsorgt. So. So. Amun. So viele Leichen. Alle angefressen. Und dieser Gestank. Und dieser Gestank. Amun. Amun. So viele Leichen. Alle angefressen. Und dieser Gestank. So. Moinsen. 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 So. Und jetzt? Den Göttern sei Dank. Schnell. Wir müssen gehen, bevor ihr zurückkommt. Wer? Was geht hier überhaupt vor? Der Einbalsamierer. Er wirft den Krokodilen Menschen vor. Seine Gäste sehen zu, wie sie zerrissen werden. Ganz ruhig. Du bist sicher. Wo ist er jetzt? Sicher? Keiner ist hier sicher. Er hat mich auf dem Markt entführt, als ich Fische verkauft habe. Ich verschwinde hier. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass jemand zu so etwas fähig sein könnte. Ich werde einen Weg zum Markt finden. Das ist seine letzte Vorstellung gewesen. Ja. So. Jetzt muss ich gerade gucken, wo wir lang müssen wieder. So. Jetzt müssen wir... Jetzt kann ich da runter zu gehen und dann gehen wir auf den Markt. Und dann holen wir uns den Typen. So. Missionsziel in der Nähe. Ganz voll. Ja, jetzt ein paar Gegner sind da. Da oben. Na dann auf. Wir gehen mal übers Dach. Wo ist denn der Trottel? Da unten. Und das gefällt den Menschen wirklich? Und das gefällt den Menschen wirklich? Na, und das erwischt! Äh! Ein kranker Mann. Das ist seinen Taten ein Ende. Würden sich die Götter um seine zahlenden Gäste kümmern. Die Quäste ist abgeschlossen. So. Jetzt ist mal gut jetzt hier. So. Du hast mich... Du hast mich verlor. Oh, schon. Es war keine Absicht. Du hast mich verlor. Du hast mich verlor. Ja. So. Ist mal gut jetzt. So. Damit haben wir das auch. Ähm. Gut. Was haben wir hier? Lichter über der Düne. Ja gut, das ist eine 40er Quest. Nebenquest. Die brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht. Da ist eine... Da haben wir noch das Maul so wächst. Das können wir noch machen. Ich guck mal gerade was wir Level haben. Ja fast 7.000 Euro noch. Zwei Folgen vielleicht noch. Drei Folgen vielleicht noch. Gut. Ich bin mal raus heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke zweiter Abend mit dem Let's Play.